ARD Text im Auftrag von funk 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 Alter, mich... Hup! Ich sehe das! Hup, hau, hau, hau! Oh, ich hab gerade angefangen. Alter, die haben echt üble Attacken drauf, Mann. Ah, halt die Schnauze. Ich glaube, du hast gestartet. Einen Scheißdreck hast du. Aber sie hat schon wieder... Ich finde es aber lustig, dass die das in 2D aufgeteilt haben. Drei Gold-Sachen-Samen. Ach komm, ey! Hat die nicht irgend so ein Mist? Ah, die hat ja gar nichts zum Hallen. Verdammt, ich hab davon bloß 16. Oh, wie ist das alles schön so in irgendwelchen Winkeln verstecken... Und... meinen die... Ich sehe das da nicht. Schatzzuche! Ah... die auch noch. Äh, könnt ihr mal aufhören, ich stehe nicht rumzuhören? Ey, was sind denn das für scheiß Gegner, was die da... Ey, warum kann der das eigentlich mittendrin einfach machen? Das verstehe ich schon mal überhaupt nicht. Weißt du, erst braucht er immer so einen Anlauf um zu zeigen, wo er hin sollt und dann wird es nicht mehr so einen Anlauf. Das ist ein Anlauf. Das ist ein Anlauf. Du wirst... 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 Alter! Und schon wieder bin ich bei 200% Wollt ihr mich veräppeln? Das ging ein bisschen gefix, ne? Was ist da hinten? Nein, da gehen wir jetzt nicht durch. Wir folgen jetzt erstmal dem Stern. Sonst sind diese ganzen Mistviecher wieder da. Nein! Ja okay, ich komm da auch so durch. Alter Leute! Darf ich jetzt endlich den Benevedorf anbögen? Stimmt, diese Daten haben wir auch mal nix sehen. Nex! Nex! Ah, sehr schön! Der Vanavadon des Wooden ist plötzlich nach hinten geflogen und ich hab's noch mal getroffen. Oh, ich hasse das Dorf! Aber wir müssen das machen! Das schaut so aus, als wenn sie oben dicht geht. Von der anderen Seite, ja, von der anderen Seite schaut's gut aus. Daaaannn! Wegen paar Luke-Rämmern! Ihr wisst schon, wie man einen enttäuscht! Aha! Äh! Ne, das da oben ist auch nichts. Hä? Was bringt's in mir, da oben zu sein? Kann das mal einer sein? Äh... Okay! Einfach nur, um es gemacht zu haben, oder was? Sooo... Alter, hört mir auf, ständig Luke nicht zu geben! Die Nerven sehen! Nein, die Kiste! So, jetzt sehen wir dann das erste Mal... Fädennuss! Achso, ihr Gott, ich soll die Dinger ja immer kassen! Fädennuss oder blöde Nuss? Was für ein Ding? Verdammte Zeitumstellung! Ausrüstung... Was hab' ich bekommen? Hipsalms-Ring! Halbiert Holz-Schaden! Den krieg's hoch! Na, wenn ich eins weiß, dann ist die, dass die voll da rein rennen! So, ranah ins Speck! Wo ist denn mein Benvedon-Freund? Und wie schauen die eigentlich aus? Schließiges Stück Holz? Hast du zufällig stumpf? Oh, das ist der Kürbiskönig! Das ist Tropicalo! Und das ist das Holz für Nevedon, hm? Diese Pumpkin-Head braucht eine Karte! Scheiße, tatsächlich! Alles, einfach nie. Alter! Was soll denn das, Alter? So dämlich ist ein Mist. Nein, nein, nein. Nichts da. Hör mal auf damit. Hier. Herzchen. Warte mal. Oh, scheiße, die hat den Lücken. Oh, wow. Alter, was ist jetzt los? Kann ich ja die Feuerserbung machen. Alter, ist uns auch drei? So, und dann nächste. Was war das? Warum hat das mich getroffen? So, schön da drauf. Uh, die anderen hat 400%. Wumms. Hä? 42, naja, so stark ist der Ende. Wumms. 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 Wow! aber ich würde mich interessieren was das gegen den blut Eis genug? steigen wir auch mit? mein feuer hat ja auch nicht gut steigen ernsthaft? blitz? oh mein feuer hat ja auch nicht oh mein feuer hat ja auch nicht das muss sich helfen so kreuzschlag noch drauf oh genau kann die eigentlich die kann doch nix komm ihr herzen ihn ein bisschen dann freut er sich nicht drauf aber bam oh wie traurig das ist ich frage mich bei sowas auch wieder ich weiß sie sind jetzt schwach und so aber wow und was kommt da jetzt drum so achso ist ganz normal die twitter sagt jetzt die feuer wenigstens irgendwas hier da bist du so ernst? das ist jetzt ein witz oder? wir hauen einen von den großen bösen mächtigen geckbetonern weg und diese einzige reaktion ist wir werden zum standpunkt zurückgebracht fertig Das ist einer von diesen Benebedons unten. Eine Sache war stark, aber wir haben es irgendwie geschafft. Okay, lasst uns den nächsten. Was? Du hast es geschafft! Aber je länger die Benebedons sind, desto stärker sie werden. Denk schwer, wo die anderen 7 sein können. Du hast es geschafft! Der letzte war glaube ich in Medi-Igel. Der Kürbiskönig. Lustigerweise war es in der Benebedor eine Kombination aus einem neuen Boss und Tropicalo aus Secret of Mana. Ja. Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Josephine? Was? Ich bin nicht Nicole. Mein Name ist Josephine. Nicole und ich, wir hatten mal was miteinander. Aber Nicole hatte schon immer einen ebenen Dieben an uns schließen wollen. Er ist von einiger Zeit noch näher bei gegangen. Er fehlt mir auch. Da haben wir schon mal hier sein können. Er ist von einiger Zeit. Es wird besser als wir unsere Weibungen haben. Ohhhhhhhhhhhhh Die sollten euch gut tun. Oh Gott Gott! Sie sollten euch gut tun. Torwartios müssen uns aber aufgehen. Oh Gott. Schneekristall, das ist bloß die Frage. Also, wir können eh bloß zwei tragen. Da pfeife ich drauf. Weil, was bist du? Nein, ich bin Chiquita, aber wir sind gut zueinander verwandt. Daher kann ich ein Irrtum nachvollziehen. Es gibt in der Natur des Katzenverkehrs, um zu reisen miteinander blablabla. Das ist hier keine Sau. Alter! 50 Tausend? Seid ihr... Seid ihr immer ganz dicht? I'll make use of this. So, Verkauf. Ausrüstung. Anschipp dann weg. Wir haben jetzt genau so viel, was wir für die Dimmel hier nicht haben. Na ja, solange wir jetzt nicht mehr vergiftet werden, ist mir der Rest eigentlich egal. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall... Warte mal, wir können insgesamt sechs Klassen wechseln, ne? Also, jeder hat zwei neue Klassen, was wir wechseln können. Also, jeder hat zwei neue Klassen, was wir wechseln können. Warum müssen wir wieder zurückkommen, zu diesem kreisenden Ort zu kommen? Nun, ich beginne, das kaltes Wetter. Komm schon, wir haben eine Benevedon zu verletzen. Auf jeden Fall! Dass wir da mal auf jeden Fall erwachsen. Nichts, ganz danke. Komm schon, wir haben einen Ereignis. Nid, wir müssen ihn auf jeden Fall gewنتen. Ja, willst du nicht? Ja, was denn? Hab ich schon mal gesagt hast? Alter! Geil der Schneemann, zauberer. Oh neee, was soll ich hier auch? Nauma, Poto? Was ist das für ein Name? Okay, dann müssen wir da... Scheiße, was ist denn das? Die Attacke ist schon einfach zu hart, ey. Und ich weiß, ich habe einen Haufen andere Attacken, äh, Dinger, was ich noch machen kann. Aber ich will wissen, bis meine Upgrade sind. Jaaaa! Scheiße! Wirklich jedes Mal, wenn ich in so einem täglichen Ding bin? Wir können uns alle und alle Elemente nehmen! Komm! Sooo, das haben wir auch... Ich kann da auch, oder kann ich da runterfallen? Ach, da kann ich runterziehen. Alter, das ist ein bisschen witziges. Ja, das ist ein bisschen witziges. Ja, ich bin ja da... Alter. Wie die Glotzen. Äh, wir haben gerade ein bisschen gekifft, ne? Was für dämliche Viecher. Äh, so. Wirklich? 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 Ja, wirklich? Ja, wirklich? Ich würde das auch alleinste Mal noch mal aufpassen, Ja, wirklich? So, die sind selber schön, wenn sie ausgerollt waren. Warum haben jetzt die eigentlich alles so AOE erkannt, nur Sonderkäse? Ich mein, die Lucre sind ja ganz schön, aber warum? So, wie die Käse geht nach vorne. Hä? Oh. Wie ein Meister. Was, der kann wen herbeirufen? Ich hasse Gegner, die irgendwelche anderen Gegner herbeirufen können. Außer man will level. Dann sind solche Gegner sehr geil. Alter! Oh man! Komm her! Alter, seid ihr nochmal ganz gut? Hä? Was brauche ich das eigentlich, wenn dann... Warte mal, ich muss nochmal... Ich muss gleich nochmal zurück. Da gab es doch noch eine andere Stelle, wo ich wohin konnte, oder? Oben ging es noch weiter. Ja, ich hör sie doch. Die sind auch schon wieder da. Da bin ich runtergekommen. Warte mal! Warte mal! Es ist der Enem! Bleib auf! Lass uns den Benevadon der Wasser gewinnen. Lass uns den Benevadon der Wasser schrauben. Neun! Also, aus dem... Ach, da hinten ist der... Das wäre jetzt natürlich scheiße, wenn mir genau jetzt runterfällt. Yeah, ich habe einen Frazzi... Kaktus-Frazzi gefunden. Ja, habe ich es jetzt da? Ne, genau einen noch, oder? Als ob ich das Fliegen brauchen würde. Ich würde niemals aus dem Kampf fliegen, wenn ich es entmuss. Gott, du wirst mich fertig machen, Spiel, oder? Ich laufe vorbei, will ich das Ding eigentlich nur machen, und dann... ...macht er sowas. So, da hoch. Bon, bon, bon. So, und jetzt haben wir den Bimwydor. Das Wasser ist weg, der wahrscheinlich irgendein Eisfiech ist. Oder ein verdammter Fisch. Oh, du hast du Buchman hier. Ich darf auch wiederrumen los, probablemente. Schwadiumat puppyismos wonen, Genre switch. Sync, wie etwas 검offesstenshst. Los amazingatos habt, werbenos zu viele Salzs. Was das soat ich ver Dollar not UW soldiert? Ich hab also von... Ich habe auch já! Ich habe schon gesagt... Mon fund Der... Was, du... シ they Aber... Bremst, um... Ich habe, viele... Ich habe, ich habe wirklich zu flyer... Und das ist. So, gleich mal drauf. Ähm. Oh, ok. Hey, wo ist der hin? Kannst du da einfach weggehen. Oh, oh. Oh, scheiße. Ah, verdammt. Oh. Oh, shh. Hey! Oh. Also nicht weg. Das ist schon fast zu einfach so. Vorher wird dann die Stacheln raus. Da kommt es in 3. Wollt. 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 Boom. Hey, wo ist er? Ja, schon, Brot. Boah, Fietenmund. Jetzt seh ich erst wie der heißt. So, killen dann. Warte mal, das wäre dann schon wieder dasselbe. Ich fliege dich. Jedenfalls tot. Bam, Mann. Und der nächste Drex-Benevedor, kalt. Der ist jetzt echt eiskalt. Auf jeden Fall sind wir an der Stelle, wo es diesen Boss-Rush gibt, den ich mal gelesen habe. Zeigen wir irgendwas? Nein, ich muss was verkaufen. Äh, wir machen jetzt mal so. Nur um zu sehen, was die Fee sagt? Oder Ferry? Ich weiß, Fee heißt Ferry, aber Ferry hört sich mehr wie ein Name an. Irgendwie. Keine Ahnung. Das ist die Form des Goldstabs. Das ist die Form des Goldstabs. Nur sechs Sekunden. Lass uns hurryn. Nur sechs Sekunden. Wir können das tun. Das ist das. Das ist die Form des Goldstabs. Ich weiß nicht, wie du dich. Warte mal, jetzt gehen wir erst mal in die Stadt. Königreich Valsena Das ist immer speichern Verdammt, wir haben auch noch diesen Samen dafür Schützensschwingbekanne Sondern sie bei mir doch wirklich mein süßes junges Drachenfräulein dem sein neuer Name ziemlich gut gefällt Wenn das ein Drachenkind war Wo sind dann die echten? Oder sind die auch wieder gefressen worden? Hallo, Karte Warte mal, hier geht's wieder raus, ne? Shit Ich könnte aber auch schlafen einfach Bisschen sleeping Was haut denn jetzt das Ding eigentlich raus? Gladiatorenmarke Das ist für ein Durang So, aber an der Stelle bedanke ich mich wohl fürs Zuschauen Hallo? Ah ja Und ich hoffe, wir sehen uns noch wieder in der nächsten Folge von Trails of Mana Die Benvedoren sind ganz lustig Auch wenn das eigentlich nicht mehr wie eigentlich große Bossmonster sind Die auch nicht größer sind wie andere Ich hab mir dir irgendetwas spezieller vorgestellt Aber hey, es sind Bosse, wir hauen sie weg Wir machen sie kalt Macht's gut und Servus Und ich hoffe, wir sehen uns noch mal wieder in der nächsten Folge von Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das